so ich sehe noch keinen treib so timo bist du jetzt weiter auf ist ja mit deinem komischen exhibitionisten mantel guck sie mag dich auch nicht hey baby warum ich habe sich noch verteidigt gut dann halt nicht alle auf der einen seite rein und ich gehe auf der anderen seite wieder raus und keiner weiß wo ich bin ach geh weg mit einem exhibitionisten mantel mit dem exhibition ist ich sehe ich die helle 39 ist jetzt 39 geboren oder 39 jahre alt weg von meinem turm auch bei den war bei der wasser stadt ich gehe ins wasser und tauch unter das ganze team wird im wald landen ok ich bleib irgendwo in einem haus ich bringe erst gar nicht raus der eine blaue punkte auf das bin ich auch faktisch haben bekommen ja du darfst erst im kreis abspringen nicht davor wo landen die jetzt ich lande oben in der wasser stadt irgendwo das gleich aus dem kreis aber viele freunde viel feind und viel freund so und wer ist wieder am kreisrand noch und die war natürlich nicht auf auto gestellt doch man warum denn warum haben die ist so schnell gemacht ja geblieben ja wir halten hier hinten aber ist einfach die hügel ist nicht gut gut ich halte hier hinten die klappe martin ich halte fest martin ich halte fest gut er hält fälschbar ach wie schön oh mein gott wow zu disconnect ah die haben wir natürlich direkt wieder gesehen die pisser ich will woanders hin hab ich noch eine waffe eine pistol und granaten wo ich ja so ein weißer der granaten bin und nicht mehr daran denke dass ich granaten habe hm öh jo der konnte mich doch überhaupt nicht treffen ich will ich will ich will jetzt habe ich so eine schöne m4 mit der ich echt gut umgehen kann und was ist drauf ein rotpunktvisier ich dieses spiel hasst mich einfach das du auch sehr gut kennst sei doch mal dankbar das ist das ist was ich gebe deckung ich stürme die häuser Ja! ach ja wow Timo hast du noch Muni Timo? das warst du du. ich hab uns dax mit Muni Timo haben müssen weiß ich wusste was schießt denn hier so penetrös also jetzt muss im Nebenhaus sein ich dachte in meiner jetzt hab ich taktisch gestürmt jetzt ist hier keiner drin behind blue wir werden langsam von einem Team umlaufen ich komm mal bei dir ins Haus rein Henne ich bin es unter dir halt die Tür wieder zu Sacknase nur noch einen Schuss unten rennt gerade einer ums Haus mhm uah boah Timo retten mich fuck 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 warte ich hab zuerst auf die Tür aber was hast du Timo 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 hohoh timo 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 Der erkennt mich nicht als Fein, der erkennt mich nicht als Fein, der erkennt mich nicht als Fein, der erkennt mich nicht als Fein. Wo sind wir jetzt aktuell so? In der Luft. Oh, Ausnahmheit vor allem. Ne, ich guck dir zu. Och ne, ich bin eine Sekunde nach der Respawn-Welle des Vorms. Jetzt guck ich im Atmer zu, ich hab mich nur, dass ich einen Mantel trage. Wir haben gleich einen Ort wie vorher. Da liegen die zwei, das hab ich eigentlich. Oh, das ist geil wieder. Ich drück mal R um dem Zuschauer und dann höre ich wieder zu melden. Der hat einfach melden wegen verschissenem Glück, weißt du, der landet halt erstmal ne Leiche vor sich. Da ist das ne Typ. Ich komme ihr Schnuppis! Ich komm mit! Ich lande noch hinterm Atmer. Mir hat jemand nen Fallschirm geschossen. Die sind grad zwei Fallschirme runter, oder? Ja, ich bin auch grade bei dir runter. Einer sitzt links hinterm Loot. Einer ist tot, also ausgemacht hinterm Loot. Von oben aufm Berg links. Also bei 260. Einer ist in der Rechte. Einer ist drin hier. Einer ist da am Berg. Und brennt einer vom Loot hoch. Ab ihn. Direkt vor uns landet einer. Boden leer, Boden leer. Wo? Ja, ja. Ja, Martin hat nen Kopf. Martin hat nen Kopf. Martin, 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 Martin. Ja. Oh, wie der landet in meiner SKS leer. Der ist sehr ärgerlich mit aus Todes. Gibt's doch nicht. Ich bin auf seinen Kopf gezielt. Fuck. Ich hab den ein-, zweimal in der Luft gehendet. Fuck. Boah. Was? Ach, von oben. Ich hab den Hügel geschlichen. Woher kam der? Ja, Martin, ich hol dich. Oder er hol dich. Nee, ich hol dich. Dann hol du mich. Er, sie, es holte. Fuck. Ja, vom anderen Berg ist man halt. Ich hab nur noch zwölf Schuss. Ich finde, wir sollten mehr Moni machen, was? Martin, Martin, einer von euch. Willst du ihn? Ja, der Timo gibt Rückendeckung. Der fliegt halt über den Hügel. Der brauchst auch nicht laufen, der fliegt einfach. Ja, der Timo macht's selber, okay. Ja, selbe. Muss ich jetzt erstmal heilen? Also, so macht's Spaß. Jetzt ist es nicht. Es war jetzt eine Weile bis ich hier mal Übersicht habe. Behind you guys. Four guys behind you. Behind you. The hill. Hier kommt eine Granate. Boah. Die Granaten kommen hier denn. Von wo? Ja. Hä? Wo bist du? Hier. Hab dich. Der nimmt's immer beim ersten Mal nicht an, wenn man wieder leben will. Hat einer von euch noch Muni? Ich hab noch acht Schuss. Wow. Ach, das gibt's doch nichts. Aber wo kommt das denn immer her? Hä? Ich hab den dreimal getroffen. Gibt's doch nicht. Ich guck in alle Richtungen und trotzdem werde ich immer weggeschossen. Danke. Timo, gib mir Feuerschutz den Typen. Ich hab den doch sowas von erwischt eben grad. Achtung. Wechseln wir jetzt auf Piste. Und. Go. Boah. Oh, ich bin ausgelockt. Für die vierzehn Headshot direkt. Ja, jetzt haben sie mich auch. Ja, doch mal. Oh Gott, das wird eng. Das wird saueng. Nein. Nein. Was hier wieder los ist. Ich hab ja nicht mal einen Sucher. Scheiße, unser Team ist sauklein mittlerweile. Wir passen noch zu viert. Wir haben noch einen mit uns. Stimmt, die sind alle disconnected, ne? Jetzt hab ich nur noch einen. Falsch, das wird mal bitte. Komm verrecke. Du ausgelockter. Jawoll. Danke. Stark. Ich bin mit den Gegner runtergegangen auf dem anderen Berg. Ich komm noch einen loot runter. Komm mit denen jetzt einfach. Ich und noch einer von uns sind auf dem anderen Berg runter und haben den gequiert. Ja, aber vorher habe ich schon einen ausgenockt dort. Ja, das will ich nochmal betonen. Was ist da so drin in dem Loot? Boah, ich bin gerade von der Vorhinein, ich habe es gesniped. Echt geil. Toll. Vorsicht, die sind wieder da. Oh nein. Ach, fuck. Ja, ist schon wieder einer vom Berg oben. Überall, ich habe fünf Leute gelandet. Und Granate. Boah. Ah, fuck. Ich habe auch kein... Jetzt habe ich wenigstens wieder Schuss. Ich hatte mir eben extra nochmal Schuss geholt. Das war gar nicht mehr das Problem. Ich hatte genug. Wo geht ihr hin? Wieder da, oder? Wollen wir mal zu den Häusern, Leute? Können wir auch machen, ja. Bin da jetzt eh so gut wie. Ja. Am besten auf dem Großen mit dem fetten Dach. Prüss. Ach, das hier. Boah, Alter, das geht ja runter. Ui, 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 scheiße, ich bin nicht aufs Dach gekommen. Ich hänge fest. Ne, doch nicht. Oder doch, ich weiß es nicht. Ich bin auch nebendran gelandet. Mein Leben ist rot, aber irgendwie lebe ich trotzdem. Mein Leben ist auch rot eingefärbt. Ich sitze auf dem Dach. Okay. Kommen wir auch auf hier in den Dach? Ich weiß nicht, ob ihr auf dem selben Dach seid, aber... Wo kommt man hier aufs Dach? Kommt man hier aufs Dach? Oder nur wenn man drauf gelandet ist? Ich habe keine Ahnung, ich bin drauf gelandet. Okay, schade. Ne, man muss doch so irgendwie drauf kommen. Warte mal. Oh, hier ist ein Capper geht. Hey, Timo, ich spiel's. Oh, ne, doch nicht. Hey, warum ist hier rot? Ach doch, da. Doch, da hinter der Mauer. Ist bestimmt schon jemand tot. Ne, doch nicht. Da ist nix mehr drin. Wow. Capper geht zum Neuenbau. Oh, das hängt schon wieder. Was ist das denn? Was macht man denn? Keine Ahnung, es ist schon ein Roll-App-Spiel. Draht, hier geht's hoch. Mensch, in den einen Minuten? Nein. Einer Minute dann abgreifen, Jungs. Wir attackieren. Einmal eine gehitte. Ich muss erstmal wissen, wo ich hier attackieren soll. Red Dot snipen. Wir haben nur noch elf Schuss. Weitere attackiert hier. Wir müssen noch weg. Das ist Angst. Aber ich hab mal zwei Kills, hey. Ich hab auch zwei Kills. Ich hab nur drei. Was n' Scheiß. Nie mache ich Kills. Na komm, eine geht noch, oder? Oder Timo, jetzt sieht's mal aus. Geht's grad? Geht's nicht? Ich starte grad neu. Er starte grad neu. Warte mal kurz, Ladies. Kriegsmodus. Kriegsmodus. Duh. Points can be obtained by killing enemies and reviving teammates. This team that reaches 200 points first in 50 minutes wins. I read the rules. I just read the rules. I just read the rules and it feels so good. Mad chance in 6H, 16M. I just read the rules and it feels so good. Gut, dann werde ich ein wenig im Kreis herumgehen. Amin. Amin.